Brrrr, ist mir so arg kalt. Tja, hier ist es warm, aber draußen ist ja kalt. Okay, da, auf die Rennstage ist es kalt. Für mich passt es nicht. Tja, können wir so sagen, aber... Da die Karte, die werden wir nicht. Es ist hier wunderschön warm. Hier in meinem Zimmer, okay, fast kalt, muss sein, ihr könnt ihn hören, he he. Aber wenn draußen da kalt ist, dann, tja, kann so sein, dann muss ich mich einpacken, warm einpacken und dann, tja. Und hier ist es auf der Rennstage auch so. Und damit, wir kommen hier zum Racing-Kompletierung hier. Zum Wasser-Kompletierung hier in der Racing-Edition hier. Zum Frost-Fossil-Fest. Es ist Zeit für mich in meinem Frost-Fossil-Fest, hier in Frost-Beulingen. Ähm, wo noch mal? Ich fährst den Botan hoch. Oh, ich hätte lieber auf der Rennstage sein. Drei, zwei, eins. Was? Alter, ihr habt so in ein paar Videos... ... von anderen an gekuckt, ja. ... von anderen an. Wo, 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 wo. Ganz leid. BAH! 2. Runde Loll Out Das ist nicht fair Gabi einen Schutzelt Aus dem Weg Haha Ist das der frische Weg? Oder der langsamste Nein, da ist der Weg Oh oh, nein Nein Ah Knapp gehabt Out Nein Ok, wenn ihr so hart auf mich zieht, dann müsst ihr es lieber auf leicht anstatt auf mittel Ah Ah Ah, bin ein Morphan Tier Ist mir klar Das muss ich sein Skelett Die letzte Runde Hui Hui Ich habe keine Abkürzung oder lieber eine Behinderung Na super, schon wie er das Die Zeituhr Zeituhr Na Pfff 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 Was? Dritter? Hä, hab ich nur 13 oder was? Okay, dann lieber auf leicht. Okay, dann lieber auf leicht. Boah, das darf nicht wahr sein. Auf mittel ist das echt schwierig. Ich werde, glaube ich, okay, wenn wir die Anime gucken, werde ich dann mal gucken. Und dann werde ich jetzt wieder diese Action Packs kaufen. Ich freue mich noch auf die Bossjagd. Es ist Zeit. Der Spieler ist auf leicht, tut mir leid, Leute, der Erwerbmittel ist für mich zu schwierig. Ich freue mich. Boah, das. Nein, boah, hey. Nein, boah, hey. Nein, 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 nein. Oh Oh ja, ich schaue Nein! Wow! Hä? Nein! Haha! Nein! Das darf nicht wahr sein! Die letzte Runde! Und jetzt schnell weg! Wollen die nochmal in den Blutbad reinrasen? Warte, das ist doch ein Blut! Gefahrfehler hoch 3! Was kann denn noch schweres passieren? Nein! Warte! Yes! Nein! Nein! Haha! Hilfe! Ich wohne Arzt! Ich bin jetzt 8... Ich war kein so 8er! Warte! Werden abgeschlossen! Auch vielleicht... Mittel ist für mich zu schwierig! Weil... Ich einfach... ...schwierig bin! Und... Level aufstieg! Bööööööö... ... 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 mich über einen daumen nach oben freuen und dann los mit der grund vernichtung wenn wir daumen freuen und dann geht los hier mit der grund vernichtung also präsent auf eurer zeit